Für die Challenge Nummer 3 suchen wir ein Team, was uns eine App programmiert. Wir möchten unseren Service unterstützen, indem wir verschiedene Daten bei einer Störung vor Ort verfügbar machen. Unsere Lösung soll den Service unterstützen. Wir wollen in den Anlagen Verfügbarkeit für Informationen von Geräten bereitstellen, sprich Schaltpläne, Loops, Live-Messwerte oder auch Prüfpläne. Wenn ihr die Challenge lösen könnt, dann meldet euch zum Coding Weekend 2024 an.